Ich grüße euch Paraguay Live. Ich bin der Pit und herzliche Grüße zuerst aus dem sonnigen Paraguay, wie immer. Vielen Dank, wie immer, an eure Fragen. Wirklich sehr viele Fragen haben uns, wie immer, erreicht. Und, wie gesagt, die besten oder die häufigsten waren über das Geld. Also, wie immer werden wir heute über das Geld sprechen. Und zwar, früher habe ich euch, hier links werde ich den ersten Teil verlinken, falls ihr euch noch nicht angeschaut habt. Und es geht um die Auswanderung, beziehungsweise genauer genommen, um das Geld, beziehungsweise das Budget, was man haben sollte, um nach Paraguay auszuwandern. Also, falls ihr Interesse habt, bleibt einfach wie immer dran. Okay, bis dann. Also, heute sprechen wir ganz kurz über den Bereich zwischen 50.000 Euro und 100.000 Euro. Also, diejenigen, die über das Geld verfügen, können sich das Video angucken und hoffentlich kann ich euch weiterhelfen. Also, bleiben wir beim Thema. Ganz kurz, wenn man diese Beiträge hat, also ich spreche jetzt über 50.000 Euro. Also, fangen wir ganz kurz. Zuerst müsst ihr natürlich nachdenken, ihr müsst nach Paraguay kommen. Also, die Flüge bestellen. Sei es zwei Personen, sind das schon locker so um die 3.000 Euro weg. Die Kinder schon gar nicht mal mit reingerechnet. Dann braucht die Container. Zweite Sache. Der Container weiß ich nicht. Unsere Zeit, schon ganz lange her, damals haben wir 3.000 Euro bezahlt fürs Container, was wir also gebraucht erworben haben. Und der ganze Umzug hat uns, wie gesagt, 3.000 Euro gekostet. Gelt mir hierzu. Bitte die Kommentare, was kostet es jetzt? Das ist auch wichtig für die Neuankümmlinge. Was kostet heute der Umzug? Also, ich schätze so locker um die 7.000, 8.000 Euro. Aber wie gesagt, eure Kommentare sind ja gefragt. Da müsst ihr natürlich den Beitrag nochmal dazu rechnen. Dann kommen dazu nochmal die Dokumente. Also, ungefähr könnt ihr da reinrechnen. Also, hier die Einwanderungsdokumente, sprich, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung plus Zedula, also den paraguayischen Personalausweis. Ohne geht es gar nicht. Also, ihr könnt weder Konto eröffnen noch praktisch. Also, existiert ihr gar nicht als Bürger in Paraguay. Also, das ist sehr, sehr wichtig, dass die Dokumente zuerst stimmen. Und zweitens, ihr braucht die Zedula, also den Personalausweis, so oder so. Also, pro Person rechnet ihr ungefähr 1.500 Euro pro Person. Das sind reine Gebühren, die ihr bezahlen müsst, sowohl auch an den Einwanderungshilfe, als auch natürlich als die praktisch reine Gebühren. Ja, aber die Zufahrten, der Aufenthalt und so weiter sind gar nicht mal mit reingerechnet. Okay, also pro Person, bitte nicht vergessen. Da geht es natürlich weiter. Ihr braucht einen Wagen. Die gebrauchten Autos sind teuer. Die Neuwagen rechnet ihr locker. Also, um die 25.000, 30.000 Euro müsst ihr schon mal reinrechnen, falls ihr einen Neuwagen braucht. Gebrauchtwagen sind, wie gesagt, teuer. Und müsst ihr auch, weiß ich, vielleicht 15.000 Euro reinrechnen, damit es ungefähr was Fahrbares gibt. Und bitte nicht vergessen. Und die weiteren Kosten, natürlich braucht ihr Grundstück. Ja, die Grundstücke, die steigen in Preisen wirklich tagtäglich. Also, ich bin 16 Jahre hier, 16 Jahre mit meiner Frau, die das Preisniveau damals und heute lässt sich gar nicht mal vergleichen. Und ich sehe es jeden Tag. Ja, jeden Tag sehe ich sowohl im Fernsehen als auch in den Zeitschriften, Zeitungen, auch Anzeige an Inseraten, dass die Grundstückspreise wirklich steigen, 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 steigen. Also hier bitte nicht lange warten, sondern im Prinzip die Grundstücke erwerben, solange es noch, sag ich mal, im halbwegs vernünftigen Bereich gibt. Falls das Grundstück schon gesichert ist, braucht ihr natürlich das Haus. Und hier bei dem Haus müsst ihr rechnen, natürlich je nachdem, individuelle Bauweise oder alleine oder baut ihr mit Bautrupps. Es gibt viele Möglichkeiten, da habe ich schon mehrere Videos drüber gemacht. Kann ich euch gerne auch dabei helfen. Mein Ratschlag hierzu ist immer, bitte lasst euch von einem Architekten beraten. Ja, ich weiß es nicht, warum viele von euch den Kopf verlieren und nach Paraguay kommend, ja, beauftragt ihr, weiß ich nicht, ein Handwerker damit oder ein Friseur, weiß ich nicht, ja, oder ein Designer mit dem Bau des Hauses. Leute, also wo habt ihr denn euren Kopf? Also, sorry, in Deutschland haben wir auch mehrere Häuser gehabt und ich könnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, ein Haus bauen lassen und zwar ohne Architekten. Es geht jetzt darum gar nicht mal, ob es notwendig ist oder nicht. Ja, da reden wir gar nicht mal drüber. Aber Leute, wenn ich hier meine Bleibe machen lasse, da beauftrage ich noch den Friseur damit, ja, oder irgendeiner, der behauptet, er könnte eventuell ein Haus für mich erstellen. Nein, da macht ihr riesen Fehler. Oder, wieso geht ihr einfach nicht zu einem paraguayischen Architekten, einem paraguayischen Architekten, der Erfahrung hat in hiesiger Bauweise. Und ja, wird euch sicherlich nicht veräppelt. Bitte immer dran denken, okay? So, zum Schluss dürft ihr natürlich auch nicht die Lebenunterhaltungskosten vergessen. Da mache ich sicherlich noch ein extra Video dazu, hängt von jedem selber ab, ob ihr, sage ich mal, 300, 400 oder 500 Euro monatlich braucht. Also, die Preise, habe ich schon einmal erwähnt, sind vergleichbar mit Deutschland. Wenn nicht teurer, also die Preise sind höher. Ja, teilweise sind die Preise in Paraguay höher als in Deutschland. Und wirklich zum Schluss, bitte vergisst, Paraguay ist schon lange nicht mehr Billigland. Ist kein Billigland. Also, falls ihr Billigländer zum Leben sucht, müsst ihr sich andere Länder aussuchen. Sei es, was weiß ich, in Asien oder Afrika oder wie auch immer. Keine Ahnung, aber Paraguay sicherlich ist kein billiges Land. Es gibt Riesenvorteile. Dazu komme ich später, deshalb sind wir, trotz des Preisanstiegs immer noch in Paraguay und immer noch sehr zufrieden. Und wie gesagt, bitte nicht vergessen, lasst euch nicht veräppen, sondern irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben, die gerade nach Paraguay gekommen sind und wollen euch, weiß ich nicht, Grundstücke, Häuser, irgendwelche Finanzleistungen anbieten und denken, die haben Riesenerfahrung. Nein, nein und nochmal nein. Wir sind hier wirklich 16 Jahre, 16 Jahre in Paraguay glücklich, haben unser Lehrgeld logischerweise auch bezahlt, wie jeder. Aber glaubt mir, wir wissen, worüber wir sprechen. Sowohl grundstücksmäßig als auch hausmäßig als auch einfach. Und das ist auch das Wichtigste. Die Lebenserfahrung. Und was heißt das? Ihr bezahlt kein extra Lehrgeld, was wir ja schon vorher bezahlt haben. Die Lebenserfahrung hier in Paraguay, das ist das A und O. Also in diesem Sinne, macht's gut. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wie gesagt, also im Bereich 50 bis 100.000 Euro ist schon eher machbar, sich ein Haus leisten, ein Wagen und eine vernünftige Unterkunft, also Lebensunterkunft unterhalb, wie auch immer, dass ihr im Prinzip hier wirklich gut leben könnt. Also es gibt Riesenvorteile in Paraguay. Und die sollte man noch nutzen. Also wie immer, ich bin wirklich gespannt auf eure Fragen, auf eure Erfahrungen, auf eure Kommentare. Falls ihr schon hier seid, bitte schreibt mir auch in den Kommentaren, was habt ihr, was habt ihr gekauft, wo habt ihr gekauft, welche Erfahrung habt ihr. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig auch für andere, für diejenigen, die eventuell hierher kommen können. Also bitte, beteiligt euch an den Kommentaren und ich freue mich über sämtliche Anfragen von euch. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, bitte schnell abonnieren, Likes nach oben wie immer, Links, wir nehmen weitere interessante Videos aus unserem Kanal und bitte stellt die Fragen immer unten in den Kommentaren bezüglich des oder dieser Themen. Das ist auch wichtig, nicht irgendein Thema. Exakt 50 bis 100.000 Euro. Ist es realistisch, eurer Meinung nach? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Vielleicht habt ihr viele Punkte oder habe ich viele Punkte noch vergessen, sicherlich. Also schreibt einfach fleißig. Bis dann, wir sehen uns in Paraguay sicherlich. Bis dann, ciao, ciao.